Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories, der Nussknacker. Wir waren zuletzt hier beim Rätseln und genau hier geht es jetzt auch weiter. Ja, ich muss die Kugeln hinbekommen und ich muss den Dreh rauskriegen, wann in welche Richtung die Kugel von da hier runter ploppt. Und das hatte ich irgendwie noch nicht so richtig raus, das Gefühl, wann was jetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das obere jetzt wieder auf rechts schwenkt. Ja, könnte sein und dann könnte es sein, dass es in die Mitte geht. Ich nehme mal blau. Nein, es geht ganz nach rechts. Hm, wenn der wieder da ist, dann geht der jetzt nach da. Ich nehme wieder blau. Ach man, irgendwie vertue ich mich immer. Ich weiß auch nicht. Ich bleibe bei blau. Ich nehme jetzt so lange blau, bis es funktioniert. Jawohl! Super, geht doch. So, und der geht jetzt wieder nach ganz rechts, dann nehme ich jetzt grün. Ah man! Ah man! Mann, Mann, Mann. Dann geht der jetzt nach da. Grün. Grün. Ja, nein. Warum geht der da? Ach so, weil der erste, ach man. Ich habe hier den unteren, deswegen wollte ich grün nehmen. Ja, es geht gerade nicht. Die Maus zeigt hier da nicht hin. Aber die Reihe war richtig. Natürlich. Ich brauche hier rot dann erstmal. Gut. Dann geht der ja jetzt wieder zurück. Dann geht der wieder nach da. Wann kommt diese Reihe? Dann nehme ich jetzt mal rot. Ne, er nimmt den ganz linken erstmal. Hm. Der geht jetzt wieder nach da. Der dahin, der dahin. Ich glaube jetzt kommt diese Reihe, dann muss ich grün nehmen. Ja, hey. Langsam kriege ich doch das Gefühl langsam mal dafür hin. Der geht wieder nach links. Also die linke Seite auf jeden Fall. Dann geht da noch einen weiter. Und rollt aber doch in diese Reihe hier, glaube ich. Dann nehme ich mal rot. Jawoll. Sehr gut. Okay. Er geht auf jeden Fall nach rechts. Er geht wieder nach rechts. Wieder nach rechts. Und ich brauche rot. Okay. Ich bekomme es hin. Er geht nach links. Er geht nach links. Er geht nach links. Äh, gelb. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja. War aber richtig. Okay. Rechts. Rechts. Gelb. Wir bleiben bei gelb. Und war richtig. Okay. Rechts. Rechts. Also von hier aus, von uns aus gesehen natürlich geht es nach links. Aber das Ding, ja gut, dreht sich auch nach links. Also sage ich lieber mal links. Dann ist es vielleicht verständlich. Also links. Dann wieder links. Aber jetzt dreht es sich dann nach rechts. Also rot. Mhm. Rechts, rechts, rechts. Blau. Das dauert ein bisschen lange, aber man muss ja alle stopfen, alle Löcher. Okay, links, links, links. Der letzte und das wäre dann grün. Wunderbar. Rechts, rechts, links. Das wäre dann rot. Also immer da das Loch, was halt noch nicht gestopft ist, das kommt dann als nächstes. So, jetzt dreht sich das Ding wieder nach links, links, rechts, grün. Das wäre nämlich der nächste hier an dieser Stelle. Ja, und so kriegen wir sie langsam gestoppt. Rechts, rechts, rechts. Rechts, wie auch immer, grün. Wir bleiben bei grün. Okay, die äußersten sind jetzt schon fertig. Es fehlen nur noch drei Löcher. Links, links, rechts, blau. Ich weiß gar nicht, wieso ich das das letzte Mal nicht so schnell verstanden habe, aber mein Gott. Da, ich glaube, da wollte ich es auch nicht verstehen. Da wollte ich einfach nur ausprobieren. So schwer ist es eigentlich gar nicht, wenn man das erstmal raus hat. So. Rechts, rechts, links, blau. Es bleibt bei blau. Und dann nur noch einer gleich, dann haben wir es. Ja, und jetzt muss ja ein roter kommen. Ohne dass ich gucke. Und das ist der letzte. Yippie. Und ein Wimmelbild direkt danach. Es gibt keine Belohnung oder so. Nö, nö. Wir kommen hier überhaupt erstmal zum nächsten Gerümpelbild. Und suchen eine Katzenmaske und einen Ring. Katzenmaske und Ring. Das ist die Katzenmaske. Und der Ring. Der eine. Und ich werde den Spruch jetzt nicht sagen, weil, glaube ich, jeder Let's Player diesen Spruch ständig sagt, wenn es um einen Ring geht. Hier ist der Ring. Sie zu knechten und so. Wir lassen das mal lieber. Brille, Weizen. Brille. Weizen. Kompass, Tannenzapfen, Vogel. Kompass. Tannenzapfen. Und das Vögelchen, das Vögelchen, da ist das Vögelchen. Und ein Hammer, natürlich. Ich sehe ein Messer, Hammer und Fuchs. Wo ist denn der Hammer? Und wo ist hier ein Fuchs? Ist das ein Fuchs? Ach, das war ein Fuchs. Das sah aus wie so eine kleine Maus oder so. Ist das ein Hammer? Ja. Wunderbar. Gut. Fehlen Orangenscheiben. Die soll ich bestimmt zerschneiden. Und da ich ein Messer habe schon, zerschneiden wir die Orangen. Dann haben wir auch die Orangenscheiben. Dann soll es eine Papierschneeflocke geben. Das wird jetzt schon heikler. Wo ist denn hier... Ah, meine Mutter hat mir beigebracht, wie man aus Papier eine Schneeflocke bastelt. Hm, aber ich brauche eine Schere. Ach so, ich wollte gerade sagen, was brauchst du denn dafür? Ähm, da. Ach, wie schön. Und ein Nagel. Der wo ist? Also, ein Nagel ist auch schon wieder so klein. Und jetzt soll ich den auch noch an einer Extrastelle suchen. Hier, mit den Fingern kann ich den Nagel nicht herausziehen. Ach, da sehe ich ihn jetzt auch. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Wo ist denn das Werkzeug? Das hier? Da. Ja, zieh es jetzt. Machst es mal. Hm. Geht doch. Das könnte sich jetzt nützlich erweisen, dieser komische Fuchs. Das wird wahrscheinlich eines der letzten Tiere sein. Und da geht unsere fröhliche Musik auch wieder los. Ich muss aber noch mal zurückgehen. Ich gehe ganz zurück. Zurück, zurück, zurück. Palasttorten. Das ist ein bisschen weit, ne? Obwohl, hier haben wir noch eine Puppe übersehen. Alles klar. Okay, weil hier habe ich nämlich angefangen und hier hatte ich die Puppen ja noch gar nicht alle gefunden, nehme ich mal an. Deswegen muss ich noch mal die Augen aufbehalten und habe, und ich weiß, da freut sich jemand jetzt ganz, ganz toll, weil ich ihn grüße. Der hat mich nämlich drum gebeten. Ich grüße einen Jungen und ich sage jetzt mal nicht seinen Namen. Der weiß aber schon, wen ich meine. Und der ist noch sehr, sehr jung. Ich glaube, der gehört zu meinen jüngsten Zuschauern, die ich habe. Der müsste so neun oder zehn Jahre alt sein. und der hat mir einen Tipp gegeben, wo ich noch Puppen suchen soll. Und ich habe gedacht, okay, ich hätte jetzt alles schon gefunden, aber ich halte noch mal die Augen offen an den Orten, wo ich war. Ob denn das stimmt. Also ich muss auf jeden Fall noch mal zu dieser Tür, die hier war und hier irgendwie rechts in der Ecke habe. Ich glaube, die hatte ich dann doch schon. Wir waren uns nämlich nicht ganz sicher. So. Gut, dann ich halte die Augen weiter offen. Ich meine, wir müssen ja hier sowieso noch mal hin, weil die Tür ist ja auch noch zu. Oder komme ich hier hier jetzt hin? Ne, ne? Mit dem Schlüssel komme ich da nicht durch. Gehe ich trotzdem hier noch mal rein? Ist hier noch eine Puppe? Oder hatte ich alle? Ich habe ja damals schon gesagt, dass mal das Problem ist, wenn ich dann weiß, was ich suche, dann fange ich mal irgendwann richtig an und weiß immer gar nicht, hatte ich jetzt schon alle eingesammelt an den Orten, wo ich war oder nicht. Hier waren die Tasten, hier müssen wir auch noch mal hin. Dann gehe ich jetzt erst mal noch mal hier zurück und guck mal hier, den Wichtel. Den kann ich aber nicht nehmen, auch wenn ich jetzt mehrmals da drauf drücke. Das geht nicht. nicht. Ähm, ich glaube dann, ich glaube auch, dass ich hier damals eine, ich glaube, hier war eine Baum oder hing hier oben oder so. Ich glaube, die hatte ich schon. Dann gehen wir hier noch mal weg. Gucke hier noch mal ganz genau. Habe ich hier alle Puppen? Da rein kann ich nicht noch mal. Da wird keine sein. Ne? Hier? Also, wenn nicht, ich muss eh noch mal zurück, falls ich jetzt was übersehen haben sollte. Aber ich glaube, ich habe jetzt doch schon alle eingesammelt. Vor allem ganz am Anfang, die. Die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Dafür lieben Dank noch mal. und dann kriege ich vielleicht doch später alle zusammen. Das wäre natürlich schön. Gehen wir mal hier rüber. Gehen wir mal über lang. Wir haben ja jetzt zum Beispiel dieses Tierchen. Das ist aber nicht hier. Was war hier eigentlich noch? Ach ja, diese Spinnenweben. Komme ich auch nicht weiter. Wenn ich das Loch etwas weite, also wie soll ich das hinbekommen? Und hier fangen auch schon wieder diese seltsamen Stimmen an. Hm, nee. Irgendwie nicht so hier. Ich hoffe, dass ich hier die Puppe eingesammelt habe. Ich glaube aber schon. Ja, komm. Geh mal, geh mal weg hier. Hier haben wir doch auch alles schon gemacht gehabt. Komisch, dass man hier noch ran kann. Vielleicht finde ich doch noch irgendwie was zum Schmelzen. Ich habe keine Ahnung. auch hier. Es gibt noch so viel zu tun. Merke ich gerade. Ja. So ist das. Habe ich mittlerweile im Gucken? Nein, ich habe nur dieses Tier und das werde ich jetzt mal einsetzen. Vielleicht ist das der Letzte. Habe ich jetzt alle? Ach, ich habe jetzt sogar alle. Moment mal. Nee, nee, erneut. Ich muss jetzt erst mal gucken, wie das geht. Ordne die Tiere der Größe nach an. Beginne mit dem Kleinsten, beachte, dass die Tiere verschlungene Wege nehmen müssen und wähle sie in der richtigen Reihenfolge aus. Ordne die Tiere der Größe nach an. Beginne mit dem Kleinsten, beachte, dass die Tiere verschlungene Wege nehmen müssen, wenn sie... Ja, 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 das ist schon... Ich soll mit dem Kleinsten anfangen. Wer ist denn der Kleinste? Bestimmt der Käfer, ne? Also jetzt nicht nach der Größe wahrscheinlich der Figuren hier, sondern nach der Wirklichkeit, oder? Dann kommt die Maus. Ich kann sie doch eigentlich aber trotzdem nacheinander einsetzen. Wobei, warte mal, wenn der Käfer da, dann ist der Käfer da, dann ist der Käfer da. Dann muss ich ja andersrum gehen, oder? Dann muss ich mit dem Größten anfangen. Beginne mit dem Kleinsten. Ja, aber wenn ich mit dem Kleinsten beginne und der am Ende hier vorne ist, dann ist hier am Ende ja nicht der Größte. Na gut, ich mach's jetzt mal erst mal so, weil hier stand, beginne mit dem Kleinsten, dann, ähm, mach ich das auch einfach mal. Dann kommt der Igel, glaube ich. Dann kommt der Hase. Dann kommt der kleine Fuchs ist ein Fuchs. Kleiner als so ein Schwein? Ich glaub schon. Ich hab keine Ahnung, ob die Reihenfolge richtig ist. Der Wolf und dann der Bär. Und? Nein, das war falsch. Aber wo weiß ich jetzt, warum es falsch war? Weil ich die... Ach, ich versuch's wieder mal. Käfer. Maus. Igel. Hase. Ähm. Bei denen weiß ich jetzt halt nicht. Mache ich mal erst mal das Schwein. Dann der Fuchs. Dann der Wolf. Und dann der Bär. Auch falsch. Keine Ahnung. Ich weiß auch grad nicht, wenn die hier in einer Reihe sind. Gut, dann mach ich das jetzt mal nach meiner Logik. Ich fang mit dem Größten an. Bär. Wolf. Ja, aber Schwein und Fuchs weiß ich jetzt echt nicht. Also, ein Schwein ist ja so dicker. Aber die sind doch von der Höhe her... Sind die so weit auseinander? Ein Fuchs und ein Wildschwein? Ich mein, was? Es gibt ja auch verschiedene Schweine. Aber wenn das jetzt so ein richtiges Wildschwein ist... Nehmen wir mal das Wildschwein. Fuchs. Und ein Hase. Oder Kanin. Dann der Igel. Der Maus. Und der Käfer. Ist auch falsch, ne? Es ist aber auch schwierig. Ordne die Tiere der Größe nach an. Beginne mit dem Kleinsten. Beachte, dass die Tiere verschlungene Wege nehmen müssen. Wähle sie in der richtigen Reihenfolge aus. Beginne mit dem Kleinsten. Da ist der ganz vorne. Das kann doch schon nicht richtig sein, oder? Bin mir da nicht so sicher. Der Käfer sieht so groß aus im Gegensatz zur Maus. Aber so ein Käfer ist doch viel kleiner eigentlich. Oder? Oder ist der größer als die Maus? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne einfach mal so einen Tipp haben und nicht jetzt auf komplett lösen drücken müssen. Also werde ich es wohl noch selber ein bisschen ausprobieren müssen. Ach so. Die sind ja dann aber zwar in einer Reihe, guckt man sich die an. Aber der zweite ist ja der hier, oder? Und da deswegen muss man, glaube ich, drauf achten auch. So. Dann wird es jetzt noch schwieriger, oder? Doch. Ich fange jetzt trotzdem mal mit dem Größten an. Das ist ja wohl der Bär. Der Bär ist hier. Und am Ende als an zweiter Stelle hier Oh Gott. Ist das schwierig. Ähm Aber man soll mit dem Kleinsten beginnen. Das muss einfach stimmen. Beginne mit dem Kleinsten. Ich will jetzt nur mal wissen, wann, wo, wie, was liegt. So, da sind jetzt zum Beispiel zwei auseinander. Wenn ich den jetzt noch dazu nehme, ist der daneben? Ich mache mal einfach weiter hier. Ich lasse mal den letzten, weil dann kann ich mir das noch ein bisschen länger angucken hier. Dann ist nämlich der Kleinste doch hier. Wenn ich jetzt aber noch einen dazu nehme, dann geht der hier hin. Und das ist schon mal falsch. Ach Gottchen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn ich ehrlich bin. Oder ich denke zu kompliziert. Ich weiß es gerade nicht. Aber der Kleinste, der rückt ja dann hier vorne hin. Und ob das überhaupt richtig ist, dass der Kleinste dann hier ist, der soll doch dann links sein, da wo er jetzt ist, oder? Dann muss ja einer dazwischen, aber man soll mit dem Kleinsten anfangen. Und das irritiert mich so. Hm. Also kommt der kleine Käfer. Hier ist dann zum Beispiel jetzt der Wolf. Das ist auch völlig verkehrt. Da gehört ja dann eigentlich der Igel, äh, Quatsch, die Maus gehört ja dann eigentlich hier hin. Hm. Das ist, ich kann das gar nicht, ich kann mir das nicht merken. Selbst wenn ich mir das noch 100 Jahre angucke, ähm, dürfte ich doch mit dem Käfer dann jetzt nicht anfangen. Sehe ich so. Muss ich doch mit dem anfangen. Dann mit dem. Oder? Irgendwie so? Dann ist der nämlich vor dem und am Ende schiebt der sich hier hin und der Käfer ist da. Und dann ist der Kleinste ganz vorne. Das wäre ja schon mal richtig. Wenn ich das jetzt so weitermache, die Logik, kriege ich das dann hin. Dann kommt jetzt nämlich, ähm, der nächst zweitkleinste, das wäre die Maus und jetzt der zweitgrößte, das wäre der Wolf. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Dann kommt wieder der nächstkleinste, das wäre der Igel. Und dann kommt der, ja, weiß ich nicht. Das Schwein. Nehmen wir mal. Weiß ich nicht. Schwein, Fuchs, was ist größer? Fuchs. Dann kommt der Hase. Und dann das Schwein. Keine Ahnung. Oh, guckt mal, das ist sogar fast richtig jetzt. Das war gar nicht schlecht. Wahrscheinlich habe ich nur, äh, wie, von wegen, weil ich immer nicht weiß, welche eigentlich größer ist. Das mache ich jetzt nochmal. Ich habe ja mit dem Kleinsten angefangen. Oder? Nee, warte. Warte. Wie habe ich jetzt gedacht? Genau, jetzt kommt wieder der Kleine. Jetzt kommt wieder der Große. Ich weiß nicht, ob der Wolf richtig war. Ich brauche noch ein paar Anläufe, dann checke ich es vielleicht. Nehmen wir jetzt mal das Schwein. Hase. Fuchs. Igel, Dings war richtig und Bär war auch richtig. Ah, okay. Aber alleine beginne mit dem Kleinsten, dann stimmt das doch schon gar nicht, weil als erstes nehme ich den Bären. Und der war richtig. So. Moment, jetzt muss ich gucken. Bär. Käfer. Danach muss der Zweitgrößte kommen. Warum war der dann immer falsch? Weil, weiß ich auch nicht. Der Wolf ist doch am größten. Das muss der doch sein. Wolf. Ah, okay. Jetzt muss ich, ich muss mir jetzt gucken, nach meiner Logik passt das nicht. Ich muss jetzt mehr gucken, welcher an dritten Stelle dann kommt. Dann kommt danach, ja, jetzt muss ich wieder entscheiden, welcher größer ist. Ich nehme mal, ich nehme das Schwein. Dann kommt jetzt, dann kommt, Schwierig. Geht es jetzt hier nach, nach der Reihe oder nach dem Platz? Am Platz soll dann hier der Viertgrößte sein. Das wäre dann der Fuchs. Aber, geschoben, geschoben ist es hier dann. Äh, und da soll dann der Hase hin. Also kommt dann der Hase und dann der Fuchs und dann mache ich alles falsch, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Igel nehme ich jetzt und Maus. Scheiße. Und ich kann es mir nicht merken. Das ist so kurz. Ich muss das mal länger angucken, damit ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Oh Mann. Es ist aber schon auf dem richtigen Weg. Ich, das war schon nicht schlecht. So. Käfer. Dann kommt der Zweitgrößte. Wolf. Das hatte ich, glaube ich, auch richtig. Dann kommt der Nächstgrößte. Weiß ich bei den beiden immer nicht. Da war irgendwas falsch, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich nehme trotzdem das Schwein. Ach, dann kommt der hier. Das ist der Zweitnächstgrößte. Das wäre dann der Hase, dann der Fuchs. Diesmal nehme ich erst die Maus und dann den Igel. Und ich habe keine Ahnung. Und die vier sind jetzt falsch. Gerade eben waren es nur drei. Ich habe es genau gesehen. und das Schwein ist anscheinend wirklich größer als der Fuchs. Ich glaube, das war jetzt richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, und ich überziehe völlig die Zeit. Ich sehe das gar nicht. Entschuldigung, dass der Part zu lang geworden ist. Ich mache das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.